Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der LP mit Timo Success Farm. Wir müssen Ballen einsammeln. Schön die Ballen einsammeln. In der letzten Folge kamen neue Mods raus. Ich weiß nicht was da los war. Ich war irgendwie so unkonzentriert und durch. Auf jeden Fall, ich kann mich gerade noch an das Thema erinnern, was ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich das nächste Folge erzählen möchte. Nämlich irgendwas über Andreas Cavallier. Ich weiß, ich weiß, ich hab das schon oft gesagt, aber irgendwie, ich mag den Typen. Also, ähm, wir dürften ihn jetzt nicht auf Hula Palu beschränken, ne? Das ist schon irgendwas. Ist gut, wir haben es verstanden. Moment. Ah. So, für euch eine Sekunde später, für mich eine Stunde später, oder zwei, keine Ahnung. Bin wieder da. Ähm, ich weiß, ich hab keinen Plan mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ähm. Na ja, glaub ich, Andreas Cavallier. Hat er was? Ja, ja. Erinnerung kommt langsam wieder zurück. Ihr denkt sicher gerade, ich bin bekloppt. Hat er eine Sekunde später, ja. Wie gesagt, für mich eine Stunde. Äh. Ja, ich kann dir mal gerade erzählen, äh, was ich getrieben habe. Was und mit wem ich es getrieben habe. Äh. Ja, ich weiß nicht, das ist ja scheiße. Ähm. Ich hab, wir haben, äh, wieder ein bisschen aufgeräumt, da haben sie es jetzt mal. Äh. Weil wir haben ja wieder Holz gesägt. Halt ein bisschen altes vergammeltes Holz. So was schon eine Weile rumlag, äh, haben wir jetzt mal gesägt. Äh, da kommt natürlich auch Dreck auf. Ne, halt Segelspäne, abfallende Rinde und das ganze Zeug. Ich mit meiner Palettengabelbuddel auch immer ein bisschen Erde mit aus. Ja, ich weiß. Was ist das? Ah. Der zeigt mir auch jedes Mal nicht so tief, nicht so tief. Aber dann schiebe ich die Dinger nur. Hm. Aber ich bin froh, dass wir das nicht mehr mit diesen Gestellen machen, ne. Weil ich hab ja schon mal erzählt, glaub ich, dass wir so ein Gestell hatten. Äh, im ersten Jahr. Da hatten wir ein Gestell ohne Serverlenkung. Ich hab das Zeug dahin und boah. Also, es war anstrengend, ne. Was war noch? Ich glaub, das waren... War das noch mit dem... Ich weiß gar nicht mehr. Das müsste echt noch mit dem ersten Steuergerät noch sein, ne. Ne, oder? Ne, ich glaub, mein Dad hat ziemlich schnell das zweite Steuergerät mit dran gemacht, ne. Weil wir haben ja... Wir haben drei Steuergeräte an unserem Traktor. Ein doppelt wirkendes. Äh, ein einfach wirkendes. Das ist, äh, serienmäßig vorhanden. Äh, und zwei doppelt wirkende. So. Jetzt brauchen wir es für das Mulchgerät, weil das Mulchgerät braucht nämlich ein einfach wirkendes und ein doppelt wirkendes. Da wir noch den hydraulischen Oberlenker dran haben, äh, haben wir noch ein doppelt wirkendes dran. Plums. Kaputt. So. Genau, ich wollte das jetzt so immer hinstellen, jo. Ich erinnere mich, weil da hab ich bemerkt, das ist Kacke. Deshalb so hin, dann kann ich halt einfach von oben drin fahren, klauen rein, angehoben, rückwärts hoffentlich weg. So sieht der Plan aus. Mal gucken, wie die Umsetzung aussieht. Ah, das ist Kacke, das ist da unten soweit. Na, warte mal, ich muss das, glaub ich, nochmal anders machen. So wird das, glaub ich, nix. Ich muss mich grad dran erinnern, ähm, weil aktuell ist ja der LS im Angebot, äh, für Steam, jetzt nicht für PS4, also, ne, der kostet ja immer noch viel, ähm, ja, aber auch Steam ist aktuell, halt für den PC, äh, im Angebot, der kostet ja wirklich, komplette LS mit allen DLCs kostet ja nur 30 Euro, glaub ich. Ähm. Mal so viel wie Valster Season Pass kostet. Könnt ich bitte ein bisschen, ja. Und ich muss mich grad dran erinnern, wie wir Cody ja gesagt haben, er soll sich jetzt den Season Pass verdammt noch eins holen. Ähm, weil wir hatten, ne genau, wir hatten dann einen Tag später, oder glaub ich noch am selben Tag, wie er sich das geholt und runtergeladen hat, äh, hatten wir das erste Mal, glaub ich, auf Simons Etatia Lappaccio Ding da, Etatia Lappaccio, ach, äh, gestreamt. Und da, äh, hat Cody die ganze Zeit rumgemault, ne, ich würd gern dabei sein, weil er ist so teuer, ne, 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 der hat da 15 Euro gekostet, ne, also. Ja. Und dann, ein paar Tage später hat er sich dann, glaub ich, sein PC geholt oder zusammengeholt, oder er hatte ihn vielleicht schon sogar da, weiß ich gar nicht mehr. Ähm. Auf jeden Fall hatte er wenige, wenige Monate oder Tage oder sonst was später dann sein PC. Boah, dann hast du dich das mit Alice auf, erleg' ich grad, ne. Naja. Gut, er hatte dann Alice auf dem PC, aber er hatte auch nur ein paar Stunden gespielt. Können jetzt mal nachgucken, wie lange er jetzt insgesamt da gespielt hat. Das find ich irgendwie auch ein bisschen schade. Äh. Das ist schade am PC, äh PS4. So. Ähm. Dass man da nicht die gesamten Spielstunden an einem Spiel sehen kann, ne. Naja. Zack. So. Achja, ich wollte ja noch über Andreas Cavalier erzählen. Ähm. Warte mal, ich stell mir, glaub ich, erst mal nen Timer ein. Puh. Jetzt muss ich kurz denken, Moment, das dauert noch ne Stunde. Äh. Mach ich so. Gut. Also. Ähm. Andreas Cavalier. Der hat ja, äh. Nicht nur. Ist signaliert für die Zuckerpuppen oder Hula Paloo oder ist Zeug da. Sondern der hatte auch richtig diepe Lieder, ne. Vor allem. Das sind halt diepe Lieder auf einer dialektischen Art, ne. Ähm. So. So was wie. Amor sehen wir uns wieder. Warte mal, wie hieß das? Ne. Amor. 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 Sehen wir uns. Segen wir uns wieder. Ja. Ich hör's grad an, also. Ja. Das ist halt so richtig diepes Lieder, ne. Zeit zu gehen bestellen. Ich hab' nur dran verhöhnt. Ne. Halt so richtig diepes Zeug halt. Oder halt, äh. Was heißt diepes Zeug? Für Dialekt-Leute-Dieb. Oder. Bayerisches Dieb. Ne. Ähm. Was wollte ich jetzt noch sagen. Das ist halt, äh. Ist halt irgendwie, die, äh. Des Dings. Ha. Großvater stirbt oder so. Oder Großeltern sterben, ne. Ah mo. Save. Mal. Und. Wieder. So heißt das Lied. So. Aber wieso heißt das dann bei Spotify Amor. Amor. Je. Ja Amor. Das klingt Amor. Hm. Amor heißt einmal. Ne. Einmal sehen wir uns wieder. Und irgendwann sehen wir uns wieder. Ne. So heißt das quasi auf Hochdeutsch übersetzt. Für die, die was nicht so gut dialekt können. Gibt's ja auch. So ist ja auch solche komischen Leute gehen. Okay. Ah. Oh. Aber die Ballen, die kriegen wir gut weg. Ja. Ich find's ja lustig wie Felix spielt, der man bei so einem Streams zur Lucenz zum Anfang hat. Oh man. Ja. Egal. Lass mir das. Oh. Schöne Rinder. Ich glaub jetzt sollte ich sie nicht ausklicken oder? Hm. Lass mir das mal lieber. Jo. Huuuh. Guck. Huieiei. Do.. digitally me della l辛ca luda. sie weiß jetzt nicht genau wer da immer singt ob jetzt der großvater singt oder halt ob jetzt andreas cavalli bei den lieb als großvater sieht er singt oder als enkel vielleicht auch der großvater vom großvater der gestorben ist der schaff das herumgestrumpelt hat ich wollte ich nicht eigentlich die ball mit dem tausend einsammeln nichts über nachdenken nachdenken ist schädlich wird das war verkalkuliert ja das ist eine höchstwissenschaftliche errichtung was man hier immer anstellt ja das hier war auch verkalkuliert passt aber trotzdem ach apropos ich wollte ja eigentlich mal gucken hier hat nicht der tausende quadrak ich finde ja lustig diese dass der quadrak hier nebenan auch noch ein bisschen beleuchtung hat ich glaube sagt was erlaubt er sich dieser baum dumme sau ich werde auf einen platz zurückverwalt wurden ja wenn das irgendwer niemand kennt kinski perfekt so perfekt hinter und da sagt war das nicht das letzte feld hier sogar das wäre geil gewesen oder ist geil ähm was drücke ich da durch hm 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 ja alles im wachstum ja gut hier bei der 26 habe ich ein bisschen ne vor allem die äh 1 und 2 wird bald fertig oh man hier ist auch schon ein bisschen gewachsen irgendwie ist das so ein feld oder so der aufbau von meinem Vater ne gut außer hier das hier das würde mein Vater nicht so machen aber das hier ein bisschen was angesiedelt ist dann hier eine andere wachstumstufe hier war es hier war es ne so was halt das würde mein Vater machen naja Moment mal ich muss mal so jetzt naja vor allem das werde ich dann vermissen wenn ich später mit der Capture Card aufnehmen werde äh ich will mal den guten alten Andreas bei jedem Hintergrund laufen lassen naja ich immer so bei wenn ich aufnehme irgendwas im Hintergrund laufen lassen na na da muss ich mich nicht so gezwungen fehlen unbedingt diese Stille zu überdecken ne weil manchmal ist es ja auch einfach geil nur den Motor von Trecker zu hören ne es hat schon was ähm und ja so ein kleiner Trick hab ich mir selbst angeeignet hi so äh naja kann man Feierabend machen hier und der Quadrak auch wieder Pause vor allem 4 Stunden hat er jetzt schon insgesamt angesät ja moin schön langsam hier hoch damit er das mal schafft so zu machen vor allem das ist einfach es strengt sich nicht mal ein bisschen an näher der Quadrak ne so auf niedrigeren Umdrehungen da rauszufahren naja ähm jetzt weiß ich wieder wo ich hin muss so so stellen wir doch der Oma ab wenn der Oma ab wenn dann sich wieder fahren hier ich nehme Beleuchtung vor allem aber jetzt hat man warte mal jetzt hat man gerade erkannt jo hier erkennt man welche Anzeigen animiert sind und welche nicht ne da unten ist der Spritverbrauch da ist der Zappel sehr komisch äh die Umdrehungen die 1000 ist die Umdrehung die 0 das ist die Kmh die 4 1 das sind die Stunden die was gelaufen sind die Zeit oben links oben rechts und oben links der Tempomat ne so da oben die Anzeige funktioniert auch noch ein bisschen was ne wenn auch Kmh und so und Umdrehungen kann ich leider jetzt nicht so gut zeigen wie hier aber die Anzeigen was ich da oben halt hier das Terminal da links oben das Ding ne ihr sollt schon hoffentlich verstehen was ihr meint hier da bewegen sie auch zwei Anzeigen na balla na dieses Ablenkungsdinger ich kann da glaube ich nicht durch ich kann schon lustig dass hier komplett hinten der Tank ist ne naja nicht make me crazy welcher Schlauch davon ist eigentlich der Tank ne oder der Sprit na ähm äh äh genau das wollte ich jetzt ja genau ich weiß wieder ich hab Hirn ich kann eins denken ich kann eins denken ja wer sich fragt warum der Quadrag eigentlich hier wieder ist äh ich glaube ich hab sowieso vergessen das letzte Mal da das Feld anzusehen aber ähm ich hatte ja auch erzählt ich hatte vergessen ähm zu speichern ne deshalb war alles was ich ne nicht alles aber das meiste was ich gemacht hatte war dann weg naja aber ich würde sagen in der nächsten Folge äh machen wir noch gescheit sauber äh und bringen die bestre äh 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 generell drin ist hm ja auf jeden Fall bedanke mich für's auf jeden Fall bedanke ich mich für's zusehen bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss aspirellider und gel igt